Herzlich Willkommen liebe Freunde des ComChuteHash Willkommen zum nächsten Let's Wear Battle Videos mit einem Bug Ich habe jetzt eben Coastal Clash gespielt mit diesen Raketen Da waren die Häuser genauso schwarz, meine Häuser sind einfach komplett schwarz Ringe Aha, please tell me more Also, du musst dir das Video angucken Es ist einfach, wenn man sich da vorstellt Jetzt wäre man unter die Map gefallen, einfach komplette Schwärze Da unten ist jetzt Grasbescher, aber das ist richtig interessant Wo bist du? Ich bin noch nicht drinnen, jetzt bin ich drinnen Ah, da ist sie dich So, dann ganz kurz gucken wir mal kurz, ob ich auch aufnehmen kann Ob das so flüssig spielen Mach doch, nein mach nicht jetzt, werden dann nächste Runde Ja, ich guck, nein nur testmäßig Holy shit, ich erkenne nichts, Alter Weil das alles schwarze Wand ist Max geht mir darum, ob ich flüssig spielen kann, nicht dass ich jetzt schon Ja, okay, aber jetzt mach mir nicht meine Aufnahme kaputt Leute, Renke macht mir gerade meine Aufnahme kaputt Ignoriert ihn einfach, mutiert ihn einfach Und wir haben einfach unseren Spaß hier Äh, das ist jetzt so zwei Tage nach dem Stream Denke ich mal, drei Tage Und Stream war ganz cool War nicht so ganz viel da, aber es war auch ultra heiß Und wir fahren Und vielleicht hätte ich nochmal direkt an dem Tag Vielleicht ein Video machen sollen Aber es hat mir trotzdem richtig viel Spaß gemacht Und Es gibt auch Leute mit dem Re-Live also Ja, Renke nicht Äh Doch, ich hatte ja keine Zeit und Renke, der liegt da Äh Ja, 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 du hast noch keine Lust Äh Ich hab ja Ich hab ja Ich hab gesagt, du sollst Renke, Renke Ich hab gesagt, du sollst nicht meine Aufnahme verkacken Das wollen die Leute aber alle wissen Renke, bist du jetzt einfach ruhig? Ich möchte jetzt gerne aufnehmen Warum sind jetzt Digga, du fragst mich Warum ist jetzt Warum ist jetzt 8 gegen 4, Mann? Warum treffe ich ihn durch den Baum? Okay, Leute, ich glaube, wir sind gleich Nummer 9, aber ich will noch kurz was sagen Wenn Renke endlich ruhig ist Renke, bist du jetzt ruhig? Lass mich reden Okay, Leute, ich hab ihn gemutet Er hat gerade gesagt, dass er mich weiter nervt und so, aber ihr hört ihn nicht mehr Ähm Eh, ne Eh, nicht, sagt er Ne, das sag ich gleich, wenn wir einen neuen Server haben Oh, Renke, lass weggehen Also, bis gleich, Leute, bis gleich So WB, Leute, wir sind auf VV-Only gerannt Ich bin gerade Okay Ich hatte kurz einen lag Ich bin gerade Server gejoint Äh Renke ist gerade am Nach-Join Zum Glück gerade Runde starte Und hier ist auch Häuser-Bug Richtig Merkwürdig Oh, hallo Oh, no Oh, hallo So, so Hallo Punkt C4RU S0. Punkt Ich glaube, ich hab's richtig ausgeschwungen, Winkel Ja, wahrscheinlich Wo bist du, wo bist du? Ich bin jetzt Oh ja, renn einfach rein Ich warte auf dich und du rennst weg Kidding's LOL Ja, wie weit davon als du Ja, ich hab ihn wirklich gewartet Oh mein Gott Okay Ähm Leute, wollt ihr noch was vom Stream? Ich weiß nicht, ihr könnt euch auf Twitch euch das, glaub ich angucken, aber ich meine Ich glaub ich hab drei, vier Stunden gespielt, zwar Ich musste eh aus schlechter Qualität spielen und so War eh nicht so pralle Ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte war Wollt ihr jetzt noch schön viel BV sehen, solange Oh 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 Guter Start Äh, wollt ihr noch viel BV sehen, soll ich einfach richtig viel auch im Voraus aufnehmen Vielleicht mit Renke, vielleicht mit Ähm, mit Maxx wollte ich mich eigentlich noch verabreden ein bisschen zum Aufnehmen Wer Maxx nicht kennt, ich versuche ihn zu verlinken unter dem Video Äh, aber er hat eh mehr Abonnenten als ich Aber, äh, ich versuch's trotzdem wenn ich's nicht vergesse Oh, ich hab vergessen zu gehen Ähm, also wollt ihr noch, soll ich auch so im Voraus aufnehmen, dass ich dann halt alle so ein, zwei Mal die Woche einfach noch BV hochladen kann, auch wenn's dann schon mal wird Das ist dann weg ist, oder glaubt ihr das ist nur zu viel Herzschmerz, was man nicht ertragen kann Und lieber einfach dann, wenn BV weg ist, einfach Ein-, einfach vergessen Einfach dieses K acontecer schließen Einfach, einfach sofort versuchen das zu vergessen und abzuschließen damit Das ist, oh, 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 oh! Wollt ihr auf das Ding schießen? Oh, shit Ähm, das eure Entscheidung, das ist so meine Frage des Videos Alter, diese schwarzen Häuser fucken richtig ab, ey Ist das jetzt immer so, oder ist das nur, weil ich irgendwie komisch ins Kleinen startet, oder so, ich weiß nicht. Oh, Leuchernigkeit. Schreibt mal bitte wirklich in die Kommentare, würde mich unglaublich interessieren. Ich werde auf jeden Fall noch CSGO bringen. Oh mein Gott. Oh. Diese fucking Pirate Cakes. Ja, die Leute wollen, dass alle ihre Widgets loswerden. Und ehrlich gesagt, habe ich auch Pirate Cakes mitgenommen. Ja, man hat ja auch 40.000 einfach für viel bekommen, man. Man kann ja alles machen, was man will. Renke, wir müssen auf jeden Fall nochmal, finde ich, aufnehmen, wie wir zusammen Duel Soldier spielen. Oh, wie die Piste abgeht. Oh, wie ich abgehe. Spaß. Ich. Es ist so easy gerade. Ich weiß nicht, was abgeht, aber ich treffe die Shots und die Piste, wenn man Piste, mit Piste Shots trifft, ist das die Bestoffe, die es gibt, finde ich. Aber auf die Entfernung kann ich nicht. Oh, jojojoj. Achso, er ist gar nicht tot. Scheiß, der F. Holy shit, das war close. Der hat eine richtig gedrückt, der muss gekritzt haben, ohne Scheiß. Hinten mit seinem DF und Laser wäre auch richtig, einen neuen einfach nur noch. Jui, jui, jui. Okay, und dieses Video wird zum einen halt, ähm, wollt ihr noch vier BFAR sehen, zum anderen wird die Frage, was wollt ihr sonst so sehen? Ich denke, ich mache eh das, worauf ich Lust habe und ihr müsst damit leben, aber so Meinung von euch würde mich trotzdem auf jeden Fall interessieren. Nein, also, eure Meinung interessiert mich auf jeden Fall ziemlich viel sogar. Okay, dann machen wir also, ehrlich gesagt, das ist halt für dich echt scheiße, weil Lines halt schon ein großer Teil BFAR-YouTube-Channel war, ne, also eigentlich, ne? Yo, für dich nicht, ich meine, die meisten Views haben doch auch immer einen, also jetzt außerhalb, ja, ihr macht aber eh nicht mehr Dings. Doch, klar, wir machen damit weiter jetzt. Ja, ja. Äh, wirklich, Martin, ich wollte jetzt ja wieder anfangen. Martin hat jetzt den, mit dem, ne, weiß ja, mit dem Vorfall und so weiter. Ja, 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 ja. Wirklich, ohne Mist, wir haben wirklich die letzten Abo dann alle durch One Piece-Tor und sowas kommen. Nee, aber ich glaube, ich glaube, ich kann, also ganz ehrlich, ich glaube, ich kann es gut mit euch Leuten hier, die noch zugucken, konvertieren in CSGO, weil ich hab Lust auf das Spiel, ich spiele es viel, ich bin nicht schlecht in dem Spiel. Oh mein Gott, das war ein Kater-Kling. Und da können wir, glaube ich, viel machen mit. Ich kann auch auf jeden Fall nochmal Leute bringen, vielleicht, nice, Ränke. Vielleicht Hearthstone. Warte, ganz kurz, lass mich kurz erklären. Ich, der Gegner steht im Torbogen, lässt nämlich weg, ich mach Shotgun im Flug und noch einen Raketen werfen und er fliegt um in die Deckung. Ja. Nice, Ränke. Nice. Ich hab gerade gegen einen Level... Einmal so R-Bonus holt, gegen den Pfosten gerockert und dann ist er tot. Da habe ich auch eine coole Story erzählen. Den, den du gerade gekehrt hast, ne? Ein Level 15 der Soldier. Hab ich One-On verloren, obwohl ich getonicked hab. Nice. Nice, ja? Du bist ein richtiger Boss. Richtiger Profi bin ich. Okay. Also, ihr dürft entscheiden, welche Games gespielt werden und wie lange WF noch kommt. Also, einfach die Games, auf die ihr Bock habt, einfach mal bitte unter das Video schreiben. Ich werde auf jeden Fall Renegade Lane, wenn es kommt, unbedingt, hundertprozentig, hoffentlich vier Spielen. Kommt auf an, ob mir das Spiel gefällt, aber ich denke schon. Und eine Idee... Der Typ hat doch dieses Punch-Ding. Wie er mir drückt, Alter, er hackt! Nein, er hackt nicht. Worauf ich auch noch Lust habe, was mir ein Abonnent vorgeschlagen hat und was ich aber auch auf der BlizzCon gesehen habe, ist Overwatch Chasers. Ränke. Das können wir uns auch mal zusammen auf jeden Fall holen und auf jeden Fall mal angucken nochmal, wenn es raus ist. Das ist auch so ähnlich. Es sind verschiedene Heroes, auch so ein bisschen Comic-Style-mäßig. Und jeder Haribo hat so verschiedene Fähigkeiten und das sieht richtig, richtig interessant aus. Und es ist halt von Blizzard. Und ich meine, Blizzard hat nur geile Spiele. Deswegen denke ich, also hast du auch Bock, ne? Ich weiß gar nicht, was das genau, aber also was jetzt genau, das ist so, ne? Wie so die genaue Vorstellung, aber... Aber sag einfach mal ja. Ja. Und Renegade Lane zockst du auf jeden Fall auch mit an, ne? Ja, klar. Das ist ja sozusagen WF2, aber ich glaube, es dauert noch ein bisschen. Oh, ich hatte ihn fast, er worden ist, sollte. Uiuiui. Oh, nein, ich muss tonnicken. Okay, doch nicht. Max, ich bin voll am tonnicken, ey. Voll nicht. Die ganze Zeit, ich habe tonnick geused und trotzdem Monomon verloren und so. Ja, das habe ich einmal gesagt. Ja, und jetzt gerade schon wieder, ich muss tonnicken. Ja, habe ich es gemacht? Habe ich gemacht? Woo, Kate, 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 ich will mehr, ich will mehr. Jawohl. Jawohl. Oh, nein, da wurde mir gesteert. Ähm, und wenn ihr schreibt, äh, dass ich noch BF bringen soll, dann sag mir bitte mal, vielleicht, wenn ihr noch Ideen habt, was cool wäre, was ich bringen könnte. Renke, mach mal auf deinem Stuhl bitte, dich zu bewegen. Danke. Alter, ich habe... Ich mache gerade mein Outro. Hört ihr dieses Knatschen, ey, Renke, ey. Nein, Spaß, nicht schlimm, Renke, nicht schlimm, Renke. Ähm, wenn ihr vielleicht Ideen habt, was ich bringen könnte, vielleicht Clan Wars, vielleicht nochmal irgendwelche Fun-Videos, vielleicht Only Mando, Only Piste, Only Kek, Only Tube Tube, Only, weißt du, was ich, Only Blast. Ich werde auf jeden Fall mit Renke nochmal Dual Soldier spielen, vielleicht mit MagSex nochmal ein bisschen. Was, echt jetzt? Ja, wir spielen auf jeden Fall nochmal Dual Soldier. Ähm, meine Stats waren, glaube ich, actually wirklich 16-4 oder so. Ich hatte auch echt gutes Sets, ich habe es jetzt aber nicht nochmal nachgesehen. Ähm, haut rein, Leute, mir hat es Spaß gemacht mit euch. Bis zum nächsten Mal, ciao. Renke. Ciao, ciao. Ciao, ciao.